Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und heute möchte ich euch ein ganz besonderes Trackmania Projekt vorstellen, was vielen von euch gefallen dürfte. DE Dust2 in Trackmania. Der Mapper Blutig hat sich die Zeit genommen und eine Rundfahrt durch das 2 in Trackmania nachgebaut, die ich vor ein paar Tagen zusammen mit Felix und Trackmania Grand League Profifahrer Scrapey im Rounds-Modus getestet habe. Um das Ganze ein wenig spannender zu machen, ist daraus auch eine kleine 50-Euro-Wette entstanden. Sollten mich Scrapey und Felix im Rounds-Modus schlagen, muss ich beiden jeweils 5 Twitch-Geschenk-Abo schenken. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserer kleinen Dust2 Trackmania Session hier und lasst uns gerne wissen, ob ihr sowas vielleicht auch auf anderen CSGO-Rebuilds sehen wollt. Viel Spaß! Ich versuche jetzt einfach nur safe, eine 41er mal durchzufahren. Oh Gott, wir spielen Rounds, da müssen alle re-sinken, jetzt geht's los. Okay, come on, come on. Ich versuche erstmal safe. Erstmal nicht in die Kiste reinfahren, das wäre schon okay. Ich bin schon down. Ich bin jetzt schon down wieder. Mann, ich hasse Dior, das ist so schrecklich zu fahren. Okay, das wäre auf jeden Fall ein Skip gewesen. Das ist so schrecklich. Das Stimme ist, wenn du Leute vor dir siehst, weißt du, du bist nur über eine Sekunde hinten. Ja. Und du bist gerade schon ingame eine Sekunde vor mir, aber bist dann halt zu sich noch eine Sekunde vor mir. Der Piranha ist fast eine Sekunde vor mir, weil ich den Skip nicht gemacht habe. Der Piranha ist wild, ey. Der hat die Map trainiert. Der hat die Map bestimmt schon vorher gefahren. Der hat doch inzwischen hier so eine gute Zeit gefahren, ne. Der hat den Welt-Gekord. Warum kriegt er No Slide? Nein! Wie viel da bist du, Felix? Ich hab dich gerade überholt. Nein, ich seh dich. Ja, bist genau vor mir. Nein! Scheiße! Aber ihr kriegt dieselben Punkte, ne? Nee, Scrapey ist zweiter. Alles Scrapey, okay. Ach stimmt, wir kriegen dieselben Punkte, ja. Dann ist ja egal. Ab sechsten Platz gibt's dieselben Punkte. Okay, also richtig fett ist ab Top 3 eigentlich. Ja. Das geht aber, Top 3. Ich fahr direkt in die Kiste, ey. Mann, ich kann diese Scheiß-Dop-Pisse nicht. Direx-Modus. Ich geh für den Skip, ich geh für den Skip. Ich geh auch für den Skip. Hab's. Nicht ansatzweise, ich fahr voll an die Wand einfach nur. Mann, Piranha, jetzt geh weg. Ich bin vierter, es gibt dicke Punkte und Points. Beam-TM kann ich mir auch noch snacken. Weißt du, kein Speed im Looping. Oh, ich bin schneller als Beam. Come on, das muss reichen. Oh, das Risiko, ja, oder, ach nee, der ist ja vor mir. Wenn der auf meiner Höhe ist, ist der ja weit vor mir. Ach, ich raffe. Ihr verrafft. Hast dich trollen lassen. Ach, warum ist das denn nicht in Sync? Ich denke halt, ich battle da krank mit dem, aber der ist eigentlich eine Sekunde vor mir, weil es nicht in Sync ist. Ich hab' GR. A plus drei Points. Nein, ich lieg' auf dem Dach. Ich lieg' auf dem Dach. Ich häng' in der Tür. Ich hab' mich an der Tür geflippt. Du musst dich beeilen, damit du deinen einen Point securen kannst. Scheiße, Felix ist so ruhig, der ist im Fokus, der haut grad einen raus. Er ist grad fünf da. Ich bin fünf da, ey. Gegen die Palme bin ich auch noch gefahren. Oh, 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 okay, ich mach' jeder, der vor, also wenn ihr beide vor mir seid, kriegt jeder fünf Geschenke, aber es nicht nur der Erste. Ja, diese Momente, ach man, ich hasse solche Maps, man. Ich will nur Text spielen. Ich bin so low of so, das ist so krank, ey. Oh, du bist in die Box gefahren. Ich bin, ich bin vor den Roten da gefahren. Ich will auch mal die ganzen Dinger hier ausmachen, die Ghost-Dinger. Ich krieg' nicht aus, Alter. G oder O? Ja, funktioniert nicht. Ein oder zweimal, hängt davon ab. Also mit G ist doch alles aus, mit G ist an oder aus, oder? Nee, du kannst G. Oh, wie schnell geht das denn jetzt schon wieder los? Wot der hell? Ja, ja. Wir gehen die nicht aus, Alter. Alles ist weg. Aber G hast du so oder so nicht auf dem Server. Ich muss auf jeden Fall mit O machen. Ach man, ich hätte da... Ja, das ist easy Skip. Ich bin auch schon wieder gecrasht, aber... Let's say. Er crash-secured mir halt einen Skip. Ich seh grad dich und Piranha vor mir. Ja, der ist auch ein bisschen weit vorne, weil ich halt am Anfang gecrasht bin. Ohne den Crash weg, auf der Höhe von Piranha, glaub ich. Komm, als Dritter durchfahren, so wichtige Points. Jetzt reindrehen. Der delays übrigens genau eine Sekunde. Ja. Das heißt, wenn einer auf deiner Höhe ist, ist er eigentlich weit vor dir. Aber ich bin Dritter. Ja, aber... Komm, und 6 Punkte raus. 37 von ihm. 4 Punkte. Felix 12, aber Felix kann mich easy noch holen. Mit Top 3. Ich bin von nichts, Alter. Das ist so schlimm. Ich bin nicht einmal ohne Crash durchgekommen. Ich bin aber nur 4 Punkte vor dir. Das ist halt eigentlich nichts. Bei dir bis zum ersten CP immer über fast eine Sekunde auf Piranha. Wäre nur die Hälfte dirty, Alter, dann easy. Aber so ist er jetzt... Vielleicht jetzt mal ein Skip. Nein! Warum mache ich das denn? Ich mache dann 50-50... Nein, Felix ist vor mir. Fuck, Felix ist Zweiter. Ich mache dann 50-50 Grind of the Rail. Oh mein Gott, Piranha ist gecrasht. Das sind 3 Punkte für Felix. Er ist momentan zweiter mit Abstand. Felix macht eh noch einen Crash am Ende. Ja, ich kann das Ende nicht. Komm, 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 komm! Fokus, fokus. Du kannst einfach rein-saven, Felix. Du bist das Safe Zweiter. Krieg Ende mit einem Noslide. Niemand hinter dir. Da muss doch der Controller fliegen. Hallo! Wo ich save-je jetzt mache? Skrivi, lass mich mal vor ohne Scheiß zurück weg. Mann, du geworzen! Scheiße. Hat Piranha dir gegönnt, Alter. Bist du vor mir, oder? Du hast plus 6 und plus 1. Du bist 1 Punkt vor mir jetzt, glaube ich. Er ist 6 Punkte. Er ist nicht vorbei, Brand 50. Nein, 1 Punkt! Ist ja gleich vorbei. Die Piranha jetzt gewinnt, ist vorbei. 1 Punkt. Okay, komm, der zählt jetzt, ey. Die Piranha, wenn ich jetzt gewinne, dann ist es nicht vorbei. Du hast einfach 50 Euro, die ich hier verdattelt. Das krieg ich durchs Video nicht rein. Was? 51 Euro mit AdSense? Ja, ist gescriptet, ist gescriptet. Hast du verkackt? Ja. Ich bin richtig gut unterwegs. Nur Piranha vor mir gerade. Okay, der auch. Mann ey, dort ist so... Und die haben hin und her. Ja. Also ich bin nicht mitgekommen in diese Runde. Piranha müsste jetzt das Match zu Ende machen. Mann, der hat doch trainiert. Der hat doch trainiert hier. Oh, ich hau mich in die Bande rein. Ich crashe mal. Ja, ich hab mich auch in die Bande gehabt. Nein! Egal, das sollte ja reichen. Überhaupt nicht noch. Egal. Du hast 3, Felix hat... Ja, du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Okay, komm, wir machen Best of 3. Das war ja ultra kurz jetzt, oder nicht? Ich hab keine Zeit mehr, leider. Ja, mach ich mit Felix noch Best of 3. Ja, können wir untereinander noch... Einen Punkt, ey. Echt nur? Einer? Okay, okay. Kacke auf dir, Alter. Das ist so grausam. Ja, ich habe auch nichts. Den Schornkack probiere ich jetzt auch erst gar nicht. Da komme ich nicht mal ansatzweise hoch. Nicht einmal habe ich das geschafft, dass ich da hochkommen könnte. Aber die Mauer da? Ja, niemals. Naja, ich bin einmal gerade rausgefallen. Das Ding ist jetzt, wo Scrapey weg ist, muss eigentlich nur safe machen. Ein bisschen easy top 3. Oh, ich glaube, jetzt habe ich den Speed. Ich probiere es nochmal. Mann! Wie soll man da so viel Speed haben? Bist du auch nicht, Alter? Wie viel da bist du? Weiß ich nicht. Wird auch. Scheiße, ich bin siebter. Ich war mega eng. Nee. Nein! Ich sehe dich halt neben mir eigentlich. Also muss halt ultra weit vor mir. Okay, dann muss ich jetzt finish ultra rüsten. Und man für dich war gut. Ja, ich bin da. Oder? Nee, ich bin erst so. Oh, es ist knapp. Nein, Hummel hat mich noch geholt. Ich hab das Ende nicht. Das war ja ultra knapp. Guck mal, zwei Zehntel. Auf das Ende nicht. Ach fuck, aber für den zweiten kriegst du sechs Punkte und nicht nur drei. Wo ist ein Piranha hin? Äh. Ich bin die Map das erste Mal gefangen als der Server oben. Was da hell? Niemals. Never. Push die irgendwelche 38er direkt. Ich geh jetzt mal auf Risiko. Ich trau mich nicht darüber zu springen. Niemals diesen Speed da. Ich glaub ich hätte ihn gehabt, aber ich hab wieder keine Balls gehabt. Und du überholst mich wieder. Nein. Ja, aber ultra langsam. Kann ich dich grad erholen? Stimmt, ultra langsam. Ich glaub ich kassier dich noch ein. Der auch nicht grad. Ne, scheiße. Bist weit vor mir. Bist du immer neben mir? Da war glaub ich nicht schlecht. Ach ja, du hast mich easy. Ach fünfter. Vierter oder so. Ach fuck. Es gibt fünfter, zwei Punkte. Drei. Na gut, bis wir bis 50 sind, ist halt ultra lang noch. Der Piranha hat ja grad sechs Runden durchgedrückt. Der spielt ja nicht mehr mit jetzt. Oder? Ach doch, spielt er mit. Doch, doch. Er hat die erste verkackt. Ich finde nach so einer Runde ist der Restart ultra schnell. Da musst du mal mega aufpassen. Das sind neun Startraps. Soll ich? Ich geh jetzt nochmal auf den Cut. Und ich bin dort. Bist du echt tot? Ja. Okay, dann mach ich, glaub ich, lieber safe. Boah, doppelt. Ja, ich bin komplett tot. Ich bin letzter. Dann mach ich safe. Komm, die Punkte brauch ich. Nein, nein! Nein! Piranha springt am Spawn an die Wand, am T-Spawn. Ich auch. Sonst wär ich erster. Ich wär so clean erster. Und ich riskiere es, weil Piranha halt so ein Atze ist. Was? Ach, Mann! Solche Free Points weg. Aber das Finish war gut. Da kassier ich doch noch einen ein, oder? Ach, Mann! Das wär erster gewesen. Und ich krieg nur zwei Punkte. Fuck! Du kannst das letzte an Ziel fahren, hast trotzdem nur einen Punkt weniger bekommen. Ach, Mann. Plus zehn wär so gut. Ja, der Anfang wenigstens ein bisschen Tech oder so. Das ist halt voll Dirt. Und ich bin da am Anfang immer schon komplett lost. Und sowas von verloren am Anfang. Das ist irre. Das Ende geht dann. Ich fahr direkt gegen. Ich auch! Doppelt! Dirt! Wieder gegen gefahren. Ich fahr dreimal gegen die Wand, wa? Bei Dirt. Das ist so krank. Ich bin so schlecht. Mann. Es ist halt wie, als würde ich halt ein Anfänger sein auf dem ganzen Kram, weil ich das nie gespielt hab. Dirt brauch ich auch noch nicht. Wir haben das immer geskippt. Es gab ja auch nie so Dirt-Parts in solchen Maps. Es gab entweder Dirt-Laps oder halt nicht und wir haben die einfach nie gespielt. Komm, einen muss ich damit doch einkassieren. Fünf. Da, komm, das sind zwei Punkte. Habe ich noch einen? Ja! Vierter noch gewonnen. Let's go. Nein. Jetzt zieht Piranha wieder durch. Ich bin einen Punkt noch vorne. Ja. Oder? Ja, 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 einer. Da ist er. Ich war einfach nur safe. Boah, fast wieder gecrasht. Gecrasht. Und noch hast du mich nicht überholt. Doch, da. Shit, du bist Vierter. Oh, du bist aber ultra langsam da gerade geworden, oder? Ja, ja. Bist aber noch vor mir. Hier ist es halt auch nicht. Oh ja, komm, das war ein gutes Finish. Du bist Zweiter, nein! Ich bin Zweiter, ja. Ich bin Vierter. Aber Zweiter nicht plus sechs. Ach, du Drei ist sowas krass. Jetzt hast du mich wieder. Ein Piranha wie der Erster, der kann jetzt fertig machen. Piranha ist echt hart. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Ein Dirt Gamer. War der früher schon krass? Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich hab... Oh nein, du hast 16, nicht nur 12. Scheiße, das wird ein Drei-Mapper. Muss jetzt auch in gehen. Und ich fahr gegen die Wand. Ich geh jetzt Monster all in. Ich muss jetzt Erster werden. Ich fahr auch an der Wand. Mann, ich komm da nicht rum. Piranha macht auch jede Runde den Shortcut. Ihr kriegt ihn jede Runde, der Atze. Ich bin echt so ein Dirt-Talent. Warte, aber wenn ich Zweiter oder Dritter werde... Ah, ich bin ein Siebter. Ah, ich glaub, hätte ich die ganze Runde einfach safe gemacht, ohne Crash, dann wäre ich ein paar Mal Dritter oder Vierter geworden. Nein, mein Ende war ja katastrophal. Fünfter? Du beholst mich noch. Ne, nein, nein, ich bin Fünfter. Ich hab nur plus zwei. Shit. Ja, aber du hast... Äh, so in der Runde, ja. Der Piranha fährt halt jede Runde durch. Der ist wahnsinnig. Der ist die erste Runde gar nicht mitgefahren und wird fünfmal in Folge Erster. Nicht overall Dritter. Geil. G&D Gehmer. Das ist in Polens. Scheiße. Drei Mapper. Ich glaub, da fährt das alles Fullspeed von ultra weit außen so. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung von dem Dirt-Kram. Weiß nicht, wie man das fahren muss. Aber wenn der Mapper noch zu kurz blutig, mach das safe mal auch mit anderen Strecken. Das ist eigentlich geil. So CS meets Trackmania. Ist eigentlich cool. So, jetzt muss ich doch den Speed haben. Nein, das kann nicht sein, ey. Ich bin halt drüber geflogen, aber bleib hängen. Bist auch nicht. Du bist Dritter. Du bist Zweiter. Du bist Zweiter. Bist wieder Dritter. Alter, das ist ultra knapp. Und Piranha, du bist ganz knapp hinter Piranha gerade. Du kannst noch gewinnen sogar. Oh nein, 10 Punkte hol ich nicht auf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ist das knapp bei euch. Ah, der hatte ich aber. Ja, der war schneller. Ich hatte No Slide. Fünfter nur. Shit. Boah, wenn einer von uns die 10 Punkte lag, der ist fast schon durch. Ja, 6. Der ist Piranha hat den Drift. Ich hab den, keine Ahnung, ich hab das Ende noch nie so schnell gehabt. Das war für mich gerade ultra neu. Ich probiere den Shortcut jetzt nicht mehr. Der war aber knapp dieses Mal. Ich komme auch nicht drüber. Ich eck direkt an. Doch, Mann. Ach, ich weiß nicht, wo ich lang fahre, weil ich so viele Autos sehe. Shit. Ich bin tot. Ich bin mausetot. Ich bin 17 da. Aber wieso ist denn der schon zu schnell auf dem Dörter, der Piranha? Ich versteh den nicht. Ich fahr halt hinter dem her wieder, aber ich krieg den nicht. Man, der Rafter ist halt die für 6. Wie viel da bist du? Zweiter, glaube ich. Scheiße. Nein, ich bin komplett tot. Ich flieg gegen roten Pfeiler. Leute, ich sehe es ja stehen. Nein. Schlitzen beide, aber ich bin noch fort. Ja, beide einen Punkt, oder? Ja. Nee, oder? Hast du mich noch? Ich bin neunter. Ja, ich bin achter, glaube ich, oder? Das sind gleich viele Punkte. Ach, Mann, ey. Das war so low. Der hat ne 38, der nächste ne 41. Warum mach ich nicht safe? Ich mach jetzt safe. Ich wäre easy Zweiter gewesen. Ja, locker. Ich mach jetzt safe. Ich kann auch nicht safe fahren hier, weil ich so low bin. Auf Dirt, das ist halt grausam. Wenn ich jetzt nicht safe war, soll ich mich heute nach der Satan holen. Und ich fahr von Wald. Von Wald, das ist eine Palme. Achso. Ich fahr in Wald rein. Okay, ich bin dritter. Wichtige Points. Come on, ey. Oder shit. Hummel ist weit vor mir. Einfach nur safe jetzt. Einfach nach Hause fahren. Jawoll. Entschuldigung ist finish. Vielleicht hole ich noch Hummel. Vielleicht hole ich noch Hummel. Ah, nein. Egal, vier Punkte. Ich bin noch fünfter geworden. Echt? Ach shit. Da krieg ich plus zwei. Dann sind wir trotzdem noch drei auseinander, oder? Ne, zwei glaube ich. Ich hab jetzt neun und du hast jetzt... Sieben. Ja, okay, okay. Doch, der ist krass der Piranha, ey. Boah, wieder fast angeeckt, ey. Boah. Boah, das war mal gut bis hierhin. Sechster nur. Wie bin ich damit nur sechster? Holy shit. So bin ich gefühlt noch nie hier durchgekommen. War ich auch nicht. Das dritte, ich bin ein fünfter. Mach schlechtes Finish, man. Oh, ich bin zweiter. Ich bin dritter. Shit. Boah. Ey, was ist denn das? Gerade hätten 40 gereicht für den zweiten Platz. Guck mal jetzt. 39, 39, 40, 40, 40, 40. Ja, die Leute lernen halt schnell dazu. Nicht stark. Vier Punkte. Scheiß. Und letzte Runde. Jetzt muss ich erster werden eigentlich. Oder zweiter und du nur. Das muss ich auch hingehen. Ich komm nicht da drüber. Mann. Ja, du hast mich. Und Piranha hat verkackt. Und Piranha hat verkackt. Und du bist erster. Was macht der? Ich kann mal sagen. Dort ist echt schon angenehmer. Aber immer noch ultra upfuck. Aber... Du bist einfach erster. Piranha hat getrollt. Mann, so ein Arschloch. Ich denke, ich muss riskieren, weil der halt die ganze Zeit rasiert. Und du machst grad den ersten fertig. Du bist wirklich erster. Du bist einfach wirklich erster. Hehehe. Leder, du kleine Bitch. Scheiße, ey. Mann, 50 Euro weg, ey. Scheiße. Aber ist noch nicht durch, ne? Piranha hat nicht durchgedrückt. Aber das kann ich nicht auffüllen. Also stimmt. Die sind nicht vorbei, ja. Mann, Piranha, was soll denn der Scheiß? Na gut, jetzt habe ich aber ultra Vorsprung. Aber wie soll ich das aufholen? 25 mit 12. 13 Punkte. Wie soll ich das aufholen? Einfach den ersten fertig. Ich muss doppelt erster werden. Und du verkacken. Oh, ich nehme die Tür perfekt, Alter. Oh, lol. So schneller komme ich hier im Leben nicht durch. Ich komme da nicht drüber. Ich glaube, ich komme langsam rein ins Dirt, ja. Ah, du bist wieder Zweiter. Ah, ne. Jetzt habe ich einen Slowdown. WTF, was ist denn? Und der ist wieder nicht zu sehen, dieser Drecksack. Und ich riskiere wieder, weil ich denke, er kann durchdrücken. Wenn ich safe mache, wäre ich Zweiter gerade. Ah, widerliches Finish von mir. Shit. Ist wieder Dritter. Nein. Ich bin sechster und ich kriege einen Punkt. Ich glaube, ich springe zu früh. Ich muss spät haben. Ich habe immer Angst, wenn ich zu spät rüberspringe, dass ich dann nicht rüberkomme. Ah, der hat das echt schwer, Alter. Ich kann so viel verlieren und so viel gewinnen mit so ein paar Moves. Das ist echt krass. Nein, ich bleibe an der Tür hängen. Jetzt zieht der wieder durch. Das Ding ist durch. Ich bin immer so langsam, Alter. Das ist krass. Das ist aber Dritter oder so, oder? Oh, die anderen sind ja auch nicht so krass. Außer Piranha. Der Hummel hält noch mit. Buch. Ausleitscheiße. Ah, easy Zweiter. Mist. Und Piranha macht fertig. Nein. Jetzt muss das Scheiß-Video 50.000 Aufruf bekommen, sonst gehe ich mit Minus raus aus der Scheiße. Ja, shit. Mach den Blocker an. Mann. Das ist aber auch geil gemappt, ey. Da muss man gucken, dass man irgendwie noch Inferno oder sowas macht. Also blutig wirklich. Wenn er noch im Chat war, die spielen wir alle. Wir machen extra Server mit CSGO Map Rebels. Das ist geil, sowas. Ja. Das ist wirklich cool. Ja, guten Morgen, Lennart. Danke. Auswerfer, Alter. Kein Bock auf Content-ID-Claim. Ah, Lennart löst deine Schulden ein. Nice, Alter. Okay, ich bin safe. Moxer. 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 Vielen Dank.